Leben ist Bewegung und Bewegung ist Leben. Das ist mein Motto, dass ich lebe und liebe. Ich bin Tracy Rumpel und arbeite schon seit 21 Jahren im Bewegungs- und Gesundheitsbereich. Unsere Gesellschaft beherrscht leider heutzutage der Bewegungsmangel und wir sitzen viel zu viel. Vielleicht spürst du es auch und kannst dich nicht mehr so gut konzentrieren, schlecht schlafen oder fühlst dich steif und energielos. Hast Gelenkschmerz und baust jeden Tag ein wenig mehr ab. Du hast jedoch die Möglichkeit, über die körperliche Bewegung alles zu verändern. Somit finde auch etwas, was dir Spaß und Freude macht und dir somit Leichtigkeit in dein Leben bringt. Vor allem die Kombination aus Bewegung und Bewusstsein ist das, was mir besonders am Herzen liegt. Denn wir bestehen nicht nur aus dem physischen Körper, sondern auch aus unseren Emotionen, Gedanken, Gefühlen und unseren täglichen Mustern, in denen wir teilweise ganz schön befangen sind und noch so viel mehr. Und daraus können wir uns befreien. Und ich möchte dich gerne auf diesem Weg begleiten und dir die Möglichkeiten zeigen, wie du das selbst schaffen kannst. Dein Leben neu zu gestalten und beweglich und frei zu werden. Dich energetisiert zu fühlen und voller Freude und Motivation zu sein. Schenke dir jeden Tag einen Moment der Achtsamkeit, in dem du deinen Körper spürst, in dem du dich bewegst, lachst, schwitzt. Und denke immer daran, alles ist in Bewegung. Das ist das Leben. Atme und lächle. Atme und lächle. Atme und lächle. Atme und lächle. Atme und lächle.